Wenn dieses Video 10.000 Aufrufe hat, dann mach ich einen miesen Bauchblattschein in den kalten Pool rein. Jetzt stehen wir hier, das Video hat auf YouTube die 10.000 Aufrufe geknackt. Der Jay Bachmann hat ja angekündigt, dass er einen miesen Bauchblattschein im Pool macht. Jetzt wollen wir mal wissen, wie geht's dir gerade? Du musst es jetzt machen, viele Zuschauer sind schon da, die haben sich alle im Pool versammelt. Bist du aufgeregt oder nervös oder machst du es jetzt easy da rein? Ich bin eiskalt, ich bringe den jetzt rein, ich gehe jetzt hier auf die Brücke drauf und dann gibt es einen Bauchblatscher. Und mal sehen, also von der Höhe habe ich noch keinen Bauchblatscher gemacht, aber ich denke mal, der wird mir heute am Tag noch in Erinnerung bleiben. Und da haben sich natürlich auch ein paar Fans versammelt, die das verfolgen wollen. Und mal gucken, was wir uns als nächstes einfallen lassen. Auf geht's, Stimmung! Ich bringe jetzt einfach nochmal rein, zeig dir euch. Komm, Jason, Arschbaume, Bauchblatscher, irgendwas. Bravo! Vielen Dank.